Kann ich mich vielleicht auch noch setzen, oder? Ah, ja. Ah, ich kann meinen Kompass jetzt nicht anschauen. Okay. Shit. Es ist schwierig, mit dem Ding zu steuern. Moment. Alles gut. So. Da neben Koda habe ich so viel Platz. Da ist unser Schiff. Nico. Schau mal bitte auf den Kompass. Kann ich grad nicht. Rechts. Unser Schiff. Okay. Vielleicht müssen wir das Schiff mitnehmen. Also das Boot. Müssen wir vielleicht zu dem Haus, was hinter dem Schiff ist? Äh, vielleicht. Ja, das kann auch sein. Ja, wir müssen zu dem Haus hinter dem Schiff. Das ist ein Dacher. Hören wir das Ruderboot mit. Danke. Lass mich raten, wir müssen hier irgendwo irgendwas anzünden. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ah, hier oben. Ähm. Ähm. Oh. Äh. Hallo. Hi. Müssen wir jetzt singen? Wir raten, haben's gut. Wir raten, haben's gut. Jo. Oh. Wir müssen aber immer noch rein eigentlich. Ja, sagt der, sagt das, äh, noch der Kompass, ja. Ja. Ui. Hm. Oder dran vorbei. Müssen wir dran vorbei? Nee, oder? Nope. Okay. Hier hinter dir leuchtet. Weiter hoch kommen wir auch nicht. Hm. Irgendwie zeigt der Kompass hier hin. Irgendwo hier hin. Ah, die, hier sind welche, die haben, die ne ehre Kerze ist aus. Ah. 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 Njetza. Oh, die hat alle. Oh. Ähm. Komm wir zu euch. Okay. Okay. Ich kann mir vorstellen, wer jetzt kommt. Ja. Ja. Wird mal sagen. Ich bin da hinten. Okay. Ja. Hmm. Hm. Jetzt können wir durch. Was ist denn das Ruderhof? Wir haben wieder einen Fortschritt. Barbossa. Oh, das Ruderbaut ist noch voll mit Zeug. Ich packe gerade mal hier so ein paar Sachen rein, die ich zu viel habe. Essen nehme ich mit, macht euch mit Essen ruhig voll. Achso, der Fortschritt wurde nur gespeichert, okay. Wollen wir das im Ruderboot lassen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Lass es mal drin, dann haben wir im Ruderboot auch Proviant. Na ja, Anker raus. Ob wir auf Barbossa noch mal treffen werden? Boah, hoffentlich. Stimmt. Ja, aber Beite. Wir sind geradeaus. Hier, Dalma und Barbossa. Mhm. Wir sagen dir, wenn sich was ändert. Okay. Ich, ich sah ein bisschen gruselig. Vor allem, weil er ein Skelett und so Schiff steuert. Nee. Dann so. Hm. Ich mach schon, ich bitte schon. Anhalten. Nö. Wir müssen so ein Stückchen weiter nach rechts, so Richtung dieser Kuppel, die da erscheint. Ja, genau. Ja, okay. Ich hab so die Vermutung, da müssen wir auch ein Land. Ein Land. Ein Land. Ja. Ja. Oh, die Musik. Das ist die von der Black Pearl. Anker? Sackstern. Ja. Ja, ja, ja. Hau rein. Ein bisschen. Achso. Ein bisschen hätten wir noch gekonnt, aber ich. Oh, hoppala. Ich bin in die Nike fallen. Ah, das ist, das geht noch. Ich glaube, das ist doch die. Er nimmt alles mit an Essen, was geht. Ja, ich hab. Falls wir das später brauchen. Ich hab schon. Ich bin sogar Bretter mit, damit ich ein Brett vor dem Kopf habe. Dann decke ich mich einfach mal an. Das ist nicht dieses vor der... Ja, das ist das vor der Briten. Hier ist eine Munitionskiste. Ja, hier ist nochmal Futter. Wir müssen hier gar nicht hin. Ja, hier geht's auch noch weiter. Wir müssen hier gar nicht hin. Wir müssen hier hin. Wo hin? Wir müssen Fackeln entzünden. Wir müssen Fackeln entzünden. Oh. Ich glaube... Sesam, öffne dich. Oh nein. Ja. 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 Schöne också. Ich glaube, das war schon noch ein Wind. Alle months commemorate alle Menschen ... Achso. Ich glaube... Was ist denn hier? Der hat hier was. Der, der, der Dude hier... Ein Dietrich. Oh, ich habe eine verschlossene Tür gefunden vorhin. Ich habe hier ein Torch. Verfluchtes Lockbuch lesen. Oh. Na, dann lies mal. Die See ruft mich. Ich höre sie. Sogar durch die Mauern des Verlieses hindurch. Sie erzählt mir von neuem Horizonten und Abenteuren. Aber während ich hier auf mein Ende warte, kann ich nur meine Augen schließen und von ihr träumen. Aber in dieser Sonnenaufgang wird mein letzter sein. Ich werde die See nie wieder sehen. Wir haben einen Dietrich. Ja, da ist ja noch was. Da blinkt noch was. Könnte ich dich aufnehmen. Achso. Ach, ich darf den nicht fallen lassen. Okay. Was kann ich jetzt hier aufmachen? Oben ist eine verschlossene Tür. Aber ich weiß die, wo wir hochkommen wieder. Das ist ein Problem, ja. Vielleicht müssen wir unten durchtauchen. Ich geh mal runter. Ah, hier. Ah. Sehr gut. Ja. Also mal raus. Wo? Hey, wo seid ihr? Da ist in der Wand. In der Wand ist ein Loch. Weiter oben. In dem Brunnen. In dem Brunnen. Siehst du das? Oben in dem Brunnen. Nee, nee. In dem Brunnen. In dem Brunnen. In dem Brunnen. Spring rein. Ach, unter Wasser. Sag doch. Ja, ja. Deswegen sag ich. Spring in den Brunnen. Also. Ja, im Wasser. Sag einfach unter Wasser. Nö. Nö. Dankeschön. Ah, Nico. Ich weiß, wo du deinen Dietrich benötigst. Hm. I see the door. Please open sitz. Ja. Man kann ihn wieder mitnehmen, ne? Ja, ich hab den Dietrich noch. Hier vorne ist noch eine. Ey, ich will mich hier ein bisschen umgucken. Das sieht voll cool auf. Ja. Oh, du... Was gibt's hier? Nico? Nico? Hier gibt's wieder Laterne zum anmachen, gell? Hä? Ich mach auch alle an eigentlich. Ist auch an. Achso, du machst gerade auf. Hm. Tears off. Jack Sparrow. A bounty of 200 Gold. Dead or alive. Dead or alive. Boing. Aha. Okay. Ah. Echt jetzt. Ah Mist. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, kann einer das anmachen, aber... Egal. More chairs. More tables. They must not enter until we locate this Sparrow. We checked the hole sir. Jack Sparrow. He escaped somehow. I know. Then they will never stop. Warte, das den nicht Spanisch gesprochen haben. Ja, ne? Hier ist eine... Ah, hier ist irgendwas mit nem Käfig. Guckt mal rein. Da rechts ist ein Käfig runtergekommen, Nico. Runter? Ja. Ja, ich stell mich mal rein. Ich kann dich hier hochziehen, Alex. Alles Gute. Müsste von alleine, oder? Nee, dann zieh mich hoch. Ich sag, wenn du... Ja, ja. Bin... blei... da. Danke. Hallo. Oh. Auch gut. Das ist bitter. Der hat sich da festgehalten, die Kanonenkugel hat ihn getroffen. Der arme Dude. Geht's hier weiter? Wo ist der Roast Chicken? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Mal, mal hier drüben. Äh, Nico, hast du noch den Dietrich? Nee. Okay, nee, den brauch ich. Bei... dann nach der zweiten Tür war der weg. Okay. Ui. Nee, nee. Ui. Ui. Geht nicht. Ich hab's gerade nicht geschafft. Ah. Ach du Scheiße. Not the cage! Anything but the cage! Please give me the Kaliwapples! Ähm, okay. Wow. Entschuldigung. Meine Tasten sind zu laut. Sorry. Ähm. Oh, Geierdeck. Da war jetzt Spanisch dabei. Der Erste. Okay. Und du? Ähm. Ja. Sieht aus, als müssten wir da rüber. Aber ich glaub den Sprung schaffen wir nicht. Warte mal, doch den Sprung schaffen wir doch, oder? Ja. Ja. Nico? Ich wollte springen, aber war ein Zentimeter zu spät. Okay. Dann wagt mal schnell. Ja. Manchmal springt der halt auch nicht. Oh. Wie? Ich weiß gar nicht, wie ich hochkommen soll. Oh. Oh, das müssen wir zu zweit machen. Ja, warte ich komm. Nee, nee, nee. Oder? Nee, doch. Wir müssen das zu zweit machen. Ja. Kann ich grad sagen, jetzt. Hier, aber ruf du. Ja, try our house. Hallo. Hallo. Okay. Abfahrt. Mann, bist du schwer. Hast du wieder zu viel gegessen? Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Okay, dann hier lang. Los. Ich bin drinnen. Ja. Ja. Nein. Okay. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Boah ich war echt close to the edge. Okay lass mich hoch. Ja das Problem war ich bin nämlich viel zu nah an der Kante gewesen und ja. Ja manchmal wenn du genau auf der Kante bist dann springt der einfach nicht mehr. Ja ich glaube dann ist er schon in der Luft quasi und dann macht das nicht. Wann habe ich denn Leben verloren? Runterfallen. Da, alle guten Dinge und so. Es sind sechseinhalb. Das geht ja noch. Aber dieser eine Sprung ey, aah. Ja jetzt sind wir es. Okay machen wir den Flaschen zu was da passiert. Ah warte wir ziehen uns ja selber hoch. Ja. Kannst du? Ich kann nämlich nicht draufklicken. Ah. Ja. Okay. Ah die Cora. Go go. Go 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 go. Tschüss Cora. Ich ziehe mich gleich wieder hoch. Ich habe nicht F gedrückt zum Loslassen. Wir könnten ganz kurz umschauen. Na wir müssen wahrscheinlich gleich hier ne? Licht. Leuchtturmlinse drehen. Wo ist denn? Einmal vielleicht erstmal. Ah ja genau. Jetzt von beiden Seiten wieder. Was müssen wir denn treffen? Ah ich seh's. Da oben das leuchtet. Genau links. Links? Weiter links Nico. Andaußen links? Tiefer. Warte warte warte. Ja ich muss doch rausfinden wie. Ja. Bisschen. Ja. Okay. Okay. Jo. Links irgendwo. Genau noch weiter links. Genau. Achso. Ich geh gleich weg. Ne ne. Äh. Du musst nur sagen wohin. Weil ich sehe nämlich nicht die Dinger. Und noch weiter links ist glaube ich auch einer. Ja. Ich meine. Genau da weiter hoch. Ne. Genau da. Und hoch rechts. Weiter rechts Nico. Rechts. Hm. Ja ja. Der braucht immer ein bisschen bis er reagiert. Ah ja. Ja ich war ganz selbst nicht. Ich hab deine ist. Ich seh noch eins. Weiter unten. Moment. Ganz rechts oder? Ah da. pregunta was? Hm. Ja.しょう.